Mein Name ist Stefan Kürres. Ich bin bei WOM verantwortlich für das Referenzarzt-Netzwerk für Innovationsmanagement und begleite Vivantes bestimmt schon seit über zehn Jahren und freue mich außerordentlich, dass wir heute hier Professor Adam unser drittes WOM-Excellent-Center ausrufen dürfen. Ich glaube, dass sowohl Vivantes, ich glaube, dass dieses Haus, ich glaube, dass wir alle gemeinsam sehr viel davon profitiert haben. Es ist Ergebnis einer seit vielen, vielen Jahren bestehenden Partnerschaft, die wir zum gegenseitigen Vorteil, glaube ich, haben gestalten können. Mit AirSeal wurde in der Inflationstechnologie ein neuer Standard weltweit geschaffen, ein Premium-Standard. AirSeal hat heute einen Weltmarktanteil von an die zehn Prozent. Das heißt, alle renommierten Häuser weltweit arbeiten heute mit AirSeal. Und der erste AirSeal Case wurde hier gemacht. Da nochmal vielen Dank. Das war eine große Leistung, was wir dort mit Ihnen unter Ihrer Federführung leisten konnten. Und das ist heute das innovativste Produkt innerhalb der Minimal-Innovation-Chirurgie, was in den letzten zehn Jahren gelauncht worden ist. Also Humboldt klinisch validiert, global ausgeholt, wir verkaufen unsere Produkte in die ganze Welt. Und wir sagen immer gerne, wenn es hier funktioniert und wir hier durch die Kritik gelaufen sind, dann funktioniert es auch überall. bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Wir machen uns auf einmal. Untertitelung des ZDF, 2020